So was geht ab meine liebe Manni am Start hier. Ja viele hatten mich ja gefragt Manni kannst du mal hier Big Bamboo zocken. Gucken wir uns das mal an hier. Gucken wir uns erst mal den Schund hier an. Ok klar die goldenen. Ja hier unten die Funktion so mit Mysteries. Glaub ich auch voller Schrott. Also meiner meinung nach ist das rote hier am besten. Klar du kannst natürlich auch direkt Gold kaufen. Dann bist du auch direkt 620 quid. Also ich meine nicht so zum gamblen. Kaufen wir die mal. Ach der geht bestimmt kaputt auf Gold. Ich nehme die auch nicht an. Ich habe gesagt der geht kaputt. Geht der auch noch auf Max Max hier. Moment Moment Moment. So komm. Alles mal 10. Jetzt gönnen. Wir brauchen unbedingt Coins. Jetzt komm jetzt. Hau rein da. Komm Coins. Jetzt komm jetzt. Hau rein da. Kollektor. 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 Ah. Ey hat der mich geprankt mit der 1000er Münze. Mal 10. Da wären 10 Mittel gewesen. Was ein Affe. Ja. Da hätte ich wenigstens Kollektor gegeben. Da hätte ich wenigstens Kollektor gegeben. Mann. Okay. Da haben wir jetzt hier die Müssen. Ähm ähm ähm. Komm 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 komm. Ah. Schau nicht. Okay komm für den ersten Kauf. 380. Ja. Das Spiel hat zwar mega gut gemacht. Potenzial. Aber der kann auch so oft auf Gold gehen. Und da passiert nur Scheiße. Ne. Ich würde mich mal hier ein bisschen dran halten. Huuuuh. Jetzt geht der bestimmt nach dem Arsch hier. Huuuuh. 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 Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so nehmen würdet. Klar, ich würde auch am liebsten die ganze Zeit Gold kaufen. Aber 600 Mäuse auf 1 Euro ist auch nicht billig, ne? Huuuuh. 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 Klar, man könnte die natürlich auch annehmen. Hrrh weg. Huuuuh. Huuuuh. Man könnte die auch annehmen, die neuen roten. Huuuuh. Und hoffen, dass hier in der Walze 2, 3 und 4 immer so Bonuszeichen können. Dann kann es sich auch hochrappeln bis auf Gold. aber kann man mal machen aber ich bin dann eher doch so der zocker vor allen dingen hier was kosten 179 oder was war nicht billig jetzt gibt man hier wieder ein paar jorden angelhaken müsste jetzt oder demnächst packen dann sieht es düster aus auf dem flasch Jetzt komm Alter, du hast auch genug gespressen, du Sau. Das ist irgendwie wie Book of Rahfix. Du bist darauf angewiesen, hier nach Gold zu kommen. Du bist dann auch noch darauf angewiesen, in den Spielen diese goldene Bamboo-Dingens zu bekommen, damit du diese Coins bekommst. Ach, dann bist du auf Collector angewiesen und so weiter. Ach komm, ach komm weiter. Ich weiß nicht, ob ich da war mir, aber ihr wisst schon, was ich meine. Oh, Panda ist eigentlich gut. Schau mal wie gut der ist. Ja, okay, komm. Geht noch klar. Ja, da ist das Problem. Das sind die goldenen Bamboo hier, dann hängst du da mit dem Eierkopf. Meiner Meinung nach, irgendwie habe ich ein Gefühl, der müsste jetzt nochmal packen. Erstens hat der Scheiß bezahlt und zweitens hat er viel gefressen. Wir nehmen die jetzt mal anfangen bei mal drei an. Dann gucken wir mal, ob der so Bock hat im Game sich hochzuschauen. jetzt kommt sich hoch unc una kre地方 rein und ohne sich nach unten, Aber ja, kommt ja auch hin. Ja, da wird jetzt wenn leben von dem Eierkopf. Wie geht es. Das war's dann. Aber ja gut. Wie könnte ich den Mistbock nehmen? 50 Äpfel nehmen wir mal mit. Ach komm Alter, soll das ein Joke sein oder was? Ja komm, jetzt haben wir eine Chance. Jawohl, der Collector ist schon mal da. Sehr gut. Komm gib was hohes Mann. Du denkst du Zehner oder was weiß ich was für Coins, Mann. Boah, nur dass nur die Gemüse Coins gibt. Okay, komm noch ein Collector. Ich spiele. Collector komm, komm, komm. Aber okay, komm. 510 Granat-Äpfel nehmen wir mit. Oh komm. Fah. Fah. Na ja, komm. Na ja, okay, komm. 600 Triebe in den blauen Ordner. Können wir mit leben. Der geht wieder am Arsch. 510 Granat. 10 Die Panda, mein Gott. Was für eine Miese Runde, kommst du schon in den Goldmodus rein und dann sowas. Jetzt geht er bestimmt 3-4 mal schwimmen. Ah, normal. Das ist normal. Na ja. Oh Mann, wir sind gleich schon wieder am Ende. Komm, wir brauchen jetzt den goldenen Reiter hier. Yes. Komm jetzt, Alter. Jetzt können wir auch einen hier. Komm. Sieht nicht gut aus, ey. Mann, kriegst du die goldene Pisspfeife und dann passiert da nichts. Was für ein Scheiß, ey. Was für ein Scheiß, ey. Echt. Aber vom Allergemeinsten. Komm, wir nehmen wir nochmal so mit. Vielleicht haben wir nochmal Glück. Vielleicht baut der die Bonis auch. Wenn keine kommen, dann stehen wir natürlich auch am Schnee her. Wenn keine kommen, dann stehen wir natürlich auch am Schnee her. Okay, plus 2. Wir bräuchten jetzt mal ein paar Bonus-Symbole, ey. Okay. 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 Nächste Level haben wir nochmal. So ein schwieriges Spiel, ey. Das ist so ein schwieriges Spiel. Potenzial hat das. Potenzial hat das. Komm, komm, versuch mal den durchzufeuern hier. Potenzial ist da, logisch. Aber auch sehr, sehr schwer. Muss ja irgendwie sein. Was? Krass. Mit dem billigsten. Komm, du, ich. Komm, du, ich. Komm, hau rein, die goldenen Bambus da jetzt. Okay. Okay, nice. Vier Scheine. 100, 100. Okay. Für den billigsten Kauf, super. So, jetzt sauer den rein. Ja, oder der. Okay. Zack. Zack. Nice. Komm, Bambo, schau rein. Aber super bezahlt. Überlegt mal, Leute. Hammer. Ich bin mit den billigsten gekauft. Und der bezahlt am meisten. Das gucken wir uns doch nochmal an. Das gucken wir uns doch nochmal an. Aber gut. Okay. ja der weg ist natürlich weiter von hier aus obwohl die möglichkeit ja besteht auch direkt auf Gold zu landen habt ihr ja gesehen, aber, gut, erste Hürde, weiter Weg, weiter Weg, weiter Weg, sauber und jetzt haust du mal hier die Bambulen raus, man, komm, yes, komm, komm jetzt, yes, Kollektor, ganz wichtig, jetzt komm, noch was dickes da rein, ach man, die Spiele braucht doch jetzt keiner komm, man, Eier doch nicht so da rum, du Schwanz Kollektor, komm, yes, sauber, wir bleiben im Game, jetzt komm, komm, ey, hau mal was dickes da rein, Mann okay, sehr gut, echt sehr, 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 sehr stark auch wieder klar, potenzial ist hier wirklich, wie gesagt Sauber, Mann Hammerwinner, ehrlich, Mann, Bombe, 1 Euro, Leute, what the hell Ya, 08, Knalla joins Komm, hau noch mal die goldenen Bambus einmal hier raus, oder jetzt komm. Jo, komm. Komm, Mann. Ja, der mich verarscht, schon wieder das. Oh Gott, wie ich mir auf die Zunge beißen muss. Komm, Collector, Mann. Das ist ein verdammter Mistbock. Pah, ey. 10.000 Euro, wenn er reinkommen würde, Mann. Komm. Oh, gib doch den Panda, Mann. Okay. So, jetzt tausender Münze, da ist er. Fast. Na ja, gut. 250, sauber. Super. Ah, super. 1828. Was? Überleg mal, wir waren schon fast am Arsch und sind jetzt auf 2,7. Was ist los, Mann. Hammer. Wir haben uns wieder super nach oben gepeitscht. Der war vom Feinsten. Wir haben auch noch mit 900 noch was hier reingegangen und angefangen. So 1,6, 1,7 sind wir jetzt hier vorne bei dem Spiel. Das war ja klar wie Kloßbrühe. Komm, geh mal recht auf den. Oh, das könnte ein Schwimmkurs sein. Naja, das war klar. Komm, bis 2 Mille machen wir. Dann mache ich erstmal das Video auf Stopp. Machen wir da noch einen saftigen zweiten Part raus. Komm, hier, Gamble, Junge. Dann wenigstens die 8. Scheiß der da ab, ey. Komm. Mach mal 1,50. Fazit von dem Spiel. Sehr viel Potenzial. Natürlich immer ärgerlich, wenn ihr hier von Rot auf Gold abkackst. Aber Potenzial mäßig mega. Deswegen, Leute, ich mach mal einen zweiten Part. Haut rein, Mann. Dann haben wir erstmal einen dritt auf.